Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play, was haben wir hier eigentlich? Streets of Rage 3 und auch der Zocker Timo 3001 ist wieder dabei. Moin Leute. Ja, wir sind hier gerade noch ein bisschen verplant, weil ich gerade festgestellt habe, dass mein Controller ja gleich akkuleernmäßig ist. Und jetzt habe ich hier ein Kabel, was ziemlich kurz ist, aber das macht nichts. Ich nehme mich halt ein bisschen hier vor den Fernseher, das passt schon. Ist der hier? Ja, das passt schon. So. Ja, dritter Teil unserer Mini-Let's Play-Reihe, meiner Mini-Let's Play-Reihe mit Gastkommentator Timo. Und auch Gastspieler natürlich, weil wir diese drei Spiele hier durchspielen wollen. Streets of Rage 1, 2, 3. Und heute ist Teil 3 dran, weil es zu zweit einfach einfacher ist, wie wir gesehen haben. Und macht mir Spaß. Ja, in Teil 2 sind wir jetzt schon bis Level 6 gerade. Ne, in 7 bin ich gestorben. Und in Teil 1 sind wir in 8 gestorben. Und jetzt wollen wir in Teil 4 sterben. Nein, jetzt wollen wir natürlich versuchen, das endlich mal zu schaffen. So. Okay, können wir mal gucken. Du musst beitreten. Mit X. Habe ich. Tröse ich schon wieder. Immer noch. Okay. Okay. Streets of Rage. 3. 5. Spaß. 3. Press Start Button. Wir gucken mal wieder in die Optionen rein, ob wir uns ein paar mehr Leben zumogeln können. Normal lassen wir mal. Und Leben machen wir auf 5, ne? Was ist BGM? Ach, frag mich nicht. Und SE weiß ich auch nicht. Voice, Voice. Super. Wir lassen das mal so. Ne? Okay. Normal und 5 Leben. Wahrscheinlich haben wir 3 Continues. Also wie eben. Wie letztes Mal für euch. Ja. So, äh. Zwei Player ist gut. Was haben wir denn diesmal? Ach, diesmal gibt's nur ne... Genau, jetzt gibt's noch Zahn. Gibt's denn noch. Der hat so eine ganz komische Spezial-Attacke, die ich scheiße finde. Ich würd gern wieder Axel nehmen. Willst du wieder Blaze? Ja. Okay. Dann nehmen wir Axel und Blaze. Müsst ihr euch nicht kurz in groß ungewöhnen. Okay. Kurze Story. Die gucken wir uns mal eben an. Ah, es sieht auseinander wie eine Bombe. Pew, that was close! Ja. Du mich auch. Noch ein paar Sekunden und BOOM. Ja, wir sind Glück, wir haben den Bombe. Was ist unser nächstes Mal, Axel? Well, dann war's right about the Bombe. Maybe he's right about the Robbits, TOO. Keine Dialoge. Aber ich werde es sehen, um es zu glauben. Let's try to get a lead from the Punks. Genau. Ich bin sorry, du glaubst mir nicht, Axel. Aber es ist kein Zeitpunkt, um es zu gewinnen. Let's go. Ja, dann lass uns mal anfangen. Was wolltest du eben sagen, Timo? Schau, ich stand da eben, let's. Dann hätte er Play noch hin und schieben. Das wäre natürlich auch ideal gewesen. Oh Gott, ja! Ja, gleich mit vier Stück. Ähm. Wie sind die Kampfgeräusche in diesem Spiel nochmal? Ich höre nix. Ähm, warte... Oh Gott. Normal. 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 Wie in Teil 2? Oder Teil 1? Ähm... Wo ist noch genauer? Wie in Teil 1, der würde ich sagen. Achso. Aber wir haben keine fünf Problem. Wir haben vier. Ach du meine Güte. Also nur zwölf insgesamt. Das ist schön. Ja, mal gucken. Wir werden wahrscheinlich doch nicht bis Level 8 kommen. Oh Mann. Ja gut. Nicht den Teufel in die Wand machen. Wir wollen mal gucken. Die Weifere kommen. Ich schaff das jetzt. Ja. Aber wie gesagt, also Teil 2 ist eigentlich mein Favorit. Ihr könnt eure eigene Meinung bilden. Grafisch hat sich vielleicht noch ein bisschen was getan hier. Oh. Weiß nicht. Aber... Die Farben und die... die Grafiken ein bisschen... Ein bisschen kräftiger. Ein bisschen abgerundet. Ja, schon. Achso. Übrigens unsere Spezialattacke in der Mitte. Das ist jetzt ein bisschen anders. Die haben jetzt so sechs Balken. Wenn die... Da steht es okay. Dann können wir die praktisch ausführen. Die lädt sich auf. Aber... Wie du gerade gesehen hast. Das kostet dir Energie. Auch Leben? Ja, ja. Da oben rechts. Da hast du gerade schon viel verloren. Ich hab schon ein Leben, ey. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt hast du ein Leben verloren. Okay. Du hast mir nicht vorgesagt. Ja. 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 Ey, guck mal. Die fess mich einfach an. Entschuldigung. Oh, das ist ja... Ich spreng jetzt auch immer. Das macht gar nicht. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen mit unserem Leben, ne? Im ersten Level. Was machst du da? Ich falle bis hier rankommen. Du drehst dich immer im Kreis. Wow. Snoozy heißt die. Ne, Suozy. Ach so. Snoozy. Ach cool. Ah! Boah. Noch einer. Ich komm jetzt schon aus dem Hintergrund. Ich glitschte. Dankeschön. Ja, du darfst dich da. Achso, ja. Ich hab mich halt im Weg gestellt. Deswegen musstest du mich umsetzen. Ich bin hier umgebracht. Nein, aber fast. Jetzt hast du mich gleich umgebracht. Das kann noch leben. Ja. Ja, was soll ich tun? Der hält mich hier grad fest. Der hat mich losgelassen. Nein, ich stirb' ich. Oh ja. Einer ist noch da. Der kommt von... Nein, geht weiter. Aber Leute, ne? Da hab ich ja echt was. Die haben jetzt schon beide einen Leben verloren. Ich hab vielleicht schon mal einen zweiten verloren. Das darf nicht sein, Timo. Das gibt's aber nicht, Fisi. Ja, endlich mal. Guck mal. Kann man nicht machen, wenn wir einen festhalten. Die machen nämlich auch nichts, wenn wir einen festhalten. Versteh' ich da rum? Nein, na, mich hauen. Guck jetzt nicht nur. Jetzt hab ich auch... Die Hälfte der Energie ist wieder los. Ich hab auch grad ein zweites Leben verloren. Was ist das für'n Kack? Also wenn wir das hier gleich zu schnell verlieren sollen, dann machen wir gleich das Fisi hinterher. Aber Teil 3. Das ist... Wir sind ja gleich tot. Ich hab Teil 3 eigentlich ziemlich einfach in Erinnerung gehabt. Ist auch nicht klar. Schon wieder tot. Nein. Echt jetzt? Ja. Timo, was tust du? Ich sehe, dass die Kisten wieder kaputt machen können. Ach, vielleicht sind das, wenn man einen Apfel essen. Ach so. Das ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich jetzt schon öfter so ne kleinen Kisten im Vordergrund. Ich hab immer gesagt, dass wir wieder zu... ... zum Hintergrund gehst du. Ah, danke! Das ist gut gemacht, Timo. Der richtige. Achtung, rum. Ich bin da runter. So, aber versuchen. Wozu ihn haben. Messer, man. Mein Messer. Ist weggesprungen. Ja, du bist da reingesprungen in meine Faust. Ja, ja. Passiert schon. Eigentlich hab ich immer eingekriegt. Hier kommt gleich der erste Endgegner mit Schusswaffe, glaub ich. Da ist er. Aber wir lassen ihn gar nicht zum Schießen kommen. Ich bin gut. Ja, du machst das schon, ne? So machen wir das, Leute. Vor allem, der hat Ender die ganze Zeit seinen Namen. Weißt du, das sind zwei Leute? Ach so. Einer heißt Meg Lee und der andere hieß irgendwie anders. Ich darf auch mal. Das ist auch nett. Entweder ist die Anzeige wieder irgendwie kleiner und dann wieder größer. Was meinst du jetzt? Welche Anzeige? Er hätte immer dieselbe Anzeige gehabt nehmen. Ja. Deswegen dachte ich eben, dass wir zwei Typen, weil das auch zwei verschiedene Namen zuerst waren. Die Reifen kannst du bestimmt wieder wegkicken. Oh, oh. Ja, jetzt kommen hier schon die Feuerspeintypen im zweiten Part. Wieso schmeißt du denn das Messer immer sofort weg? Soll ich dir eben helfen? Du musst jetzt gleich tot. Ja. Geh mal ein bisschen nach rechts. Vielleicht kommen dann gleich ein paar Pisten. Lass den Dicken gleich ganz in Ruhe. Der ist schon so kalt. Der ist schon so kalt. Ich mach die, ich mach die. Immer weiter. Die sind ja gar nicht so stark. Kommt nichts. Nee, es geht einem. Ja, sagt uns nicht so gut. Der Hand versprungen gleich. Ja, ich weiß. Was ich denn tun? Wow, der kommt wieder raus und ich küm. Nee, also die Dicken sind echt nicht so schlimm diesmal. Boah, ist auch Wisse. Ja, ich... Oh ja, wie viel denn noch? Ich glaub ich musste mich einfach nur ein bisschen gewöhnen erstmal an die Steuerung. Die ist mir schon anders. Nee, anders nicht, aber anders ist das gespielt. Da möchte jemand reinkommen, ja bitte? Ja, herein. Ja, dann nicht. Jetzt geht jemand... Doch, komm doch raus, ja. Ja. Das ist in meiner Aufnahme drin. Ja, dank Butterkuchen. Oh, jetzt gibt Butterkuchen. Sehr lecker. Ja. Mach's mir... Das ist gut. Das ist gut. Okay, jetzt müssen wir noch kommen. Bevor du dich jetzt mit Butterkuchen vollstopst, dann will ich aber hier eben das Level Rieses schaffen. Oder dann bestellst du ihn hin und wir kriegen beide was davon. Mal gucken. Nein. Nein. Ich bin schon beim 0. Leben. Bin ich immer einmal gestorben, hab ich nicht mehr mitbekommen. Scheiße. Also ich hab noch mehr Leben. Achtung, die müssen wir jetzt killen, die kommen hier raufgesprungen. Bam, da bam. Oh. Oh. Nein. Ja, ich bin auch beim 0. Gut, dass wir das erste Level schon haben. Haben wir schon wieder verletzt? Nee, eben nicht. Das ist immer das erste hier. Oh. Wir haben daher unser erstes Continue verloren. Wir waren noch nicht mal beim Endboss. Haha. Wie geil. So. Wir haben es geschafft, oder? In der Kopf glaube ich noch. Ich weiß nicht. Ich glaube da kommt noch der Endboss kam vielleicht. Wolltest du jetzt am zweiten Level? Haben wir das erste schon gehabt eben? Wir sind ja gerade nicht sicher. Ich weiß es auch gerade nicht. Ich war der Typ mit der Pistole, war das nicht ein Endboss? Ja. Wir sind im zweiten, ne? Voll schon. Aber selbst dafür sind wir ziemlich weg. Okay. Er rutscht mich um. Ja. Oh. Eigentlich sind die aber gar nicht so heftig hier, ne? Die sind dann zu dumm. Ja. Ich glaube auch. Die gehen da jetzt einfach zu leicht ran, weil die ersten beiden Teile schon so einfach waren. Ja. Daran wird es liegen. Aber den Bosskampf einfach ohne Probleme fertig zu machen. Ja. Das hab ich nicht mal gesehen. Also wir werden euch wahrscheinlich nicht in einem einzigen Teil den Bosskampf präsentieren. Das brauche ich. Deswegen sind wir eigentlich verpflichtet euch das nochmal auf Leichen zu zeigen. Okay. Zweites Continue. Ich mach wieder den Exxon. Das heißt du hast sogar länger durchgehalten. Ja. Obwohl die am Anfang so verkauft haben. Hallo. Kommst du mal ins Bild? Okay. Kommst du mal ins Bild? Ja. Ja. Du hast nur hier in den Bosskampf. Ja. Wie soll ich nur hier sein? Ja. 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 hat eigentlich den Nordcup gewonnen, Alex. Nordcup? Wo Hamburg gegen... Ich glaube, der HSV. Oh. Ja, der scheiß HSV. Dafür haben wir gestern grandios gegen Ajax, verdammt. Ja. 10-0 gewonnen, der ist noch nicht weit. Ey, ne Mühnchen! Kann ich nicht, bin tot! Dann nehm ich mit deinem Hühnchen. Ja, klar, hau rüber, ich bin weg. Bond ist das, das ist Bond. Ich hab eben blond gesehen. Ja, ist das ein Bond. Aber es sieht anders aus als James Bond. Wieso ist das eigentlich ein Boss? Wieso hat der einen schwitzen? Der sieht doch ganz normal aus, eigentlich wie die anderen auch, oder? Der wär da nicht schwieriger sein. Du musst das Hähnchen erst essen, ne? Sonst geht's nicht mehr. Gerade noch! Das war knapp. Ups, ach, ich wollte mich grad nach hinten lehnen. Da hab ich gemerkt, dass ich ja mit dem Controller am Kabel legge. Lässt du mich? Danke. Das war ja geil. Das war ja geil. Nee, du kannst mit Parko-Vollabern. Nee, das ist ein Telefonzimmer. Ne, das ist ein Telefonzimmer. Ah, ich bin so ne Parko-Vollabern. Fah! Ach, jetzt kommt die schon wieder. Jetzt haben sie Elektro-Schocker statt feitscht. Also so eine Mischung da draußen liegen. Die noch scheiße, weil die immer so ne Scheiß Reichweite machen. Oh, das war ja noch falsch. Ich bin einer von den guten... Ja, bist du sicher? Jetzt. Sind wir denn wirklich gut? Weißen wir in Wahrheit die Schlägertypen. Und wie wollen wir alle nur vertreiben? Die wollen die gar nicht früh. Nee, wir sind euch nur wie angriffslustigen. Elektra ist tot. Das sieht ja noch nichts. Polerena. Ist das jetzt voll vererlebend? Ne, ich bin immer noch. Ich bin immer noch. Ich bin immer noch. So, Kopfnuss. No, weiter geht's. Die lebt, die lebt doch gerade so. Ich brauch mal irgendwas. Toll. Das ist aber ein netter Mensch bestimmt. Oh mein Gott, sieht der viel aus. Ja. Ja, toll, jetzt kommt ein Hähnchen. Ich könnt kotzen. Ich könnt kotzen. Hier, dann hau ich dich weg. Ich hab mich noch mal Blaze genommen. Für jeden ein Hähnchen. Vielleicht lässt er uns ja auch noch mal. Der hat ja auch nur zwei Schilde von daher. Der sieht eigentlich aus wie der Typ, den man in Teil 1 vorm Endboss noch besiegen muss. So wie der Typ, den man in Teil 1 vorm Endboss noch besiegen muss. Ich hab aber bei beiden Teilen etwas gemacht nicht gekriegt. Oh, fuck. So, jetzt haben wir ihm auch was abgezogen. Ja, er hat auch jetzt seine Motivleiste aufgedeckt. Helf mir noch. Na, dann heißt das wieder, ich springe dazwischen und töte dich. Das Ding geht hier wieder von Vektor. Nein. 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 Ich bin ja auch nicht. Ja, dann darf ich dich weg. Weil, ich bin ja auch nicht. Oh, nein. Ich bin ja auch nicht. Ich bin ja auch nicht. Wir haben ja auch nicht. Das Ding geht hier.